Herzlich Willkommen bei Smart Bartoning, dein Kanal für Cocktails, Rezepte und mehr. Ich bin Kevin und heute machen wir etwas Besonderes. Wir machen nämlich vier Cocktails mit Wikinger-Maid. An dieser Stelle großen Dank an die Jungs und Mädels von Wikinger-Maid, die uns einige Flaschen zur Verfügung gestellt haben. Für die, die es nicht wissen, bei Maid handelt es sich um einen Honigwein. Dieser Honigwein wird oft von Wikingern damals verzehrt und zu Festen gereicht. Heute findet man diesen oft auf Mittelalter-Märkten und ich selber habe den auch bei uns auf dem Weihnachtsmarkt gesehen. Wikinger-Maid kann man nicht nur pur trinken, sondern auch einen Cocktail. Und welche Cocktails das sind und wie das geht, das seht ihr jetzt im Video. So Freunde, unser allererster Maid-Cocktail des Tages ist der Maid Sunrise. Diesen bauen wir direkt in einem Glas auf. Dazu geben wir erstmal 20ml Zitronensaft mit einem Glas. Dann brauchen wir 60ml des Maits, den wir nochmal mit hinzugeben. Als nächstes natürlich ein bisschen Eis. Ein Cocktail sollte immer schön eiskalt sein. Und dann geben wir Orangensaft hinzu. An der Stelle nämlich einen ganz normalen gekauften von Granini. Ihr könnt natürlich auch einen frischen benutzen. Das wird es natürlich nochmal besser machen. Hatten wir leider diesmal nicht zur Hand. Dann einmal kurz umruhen, dass sich die Zutaten schön miteinander verbinden. Jetzt benötigen wir noch einen Spritzer Grenadine. Den lasse ich über den Rücken eines Barlöffels ins Glas fließen. So entsteht auch dieser schöne Sunrise-Effekt im Glas. Und fertig ist der erste Cocktail, der Mait Sunrise. Unser zweiter Cocktail des Tages ist der Mait Spritz. Den bauen wir in einem Weinglas auf. Dazu brauchen wir natürlich ein Weinglas. Dann geben wir 60 Milliliter des Maits nochmal mit ins Glas hinzu. Als nächstes benötigen wir jetzt einen Apfelsaft. Gerne könnt ihr auch eine Apfelschorle benutzen. Im Endeffekt kommt es dann aufs selbe hinaus. Davon geben wir dann auch 60 Milliliter mit unserem Glas hinzu. Das Ganze wird dann natürlich nochmal abgekühlt mit ordentlich Eis. Dann geben wir jetzt einen Prosecco hinzu. Damit füllen wir ungefähr drei Viertel des Glases auf. Also schön bis oben hin auffüllen. Ihr braucht da nicht zu geizig mit sein. Jetzt ganz kurz umbrühen, nicht zu doll, da wir sonst die Kohlensäure des Proseccos verlieren würden. Ich kenne das Ganze jetzt nochmal mit einem Fächer aus Äpfeln. Und fertig ist Cocktail No. 2, der Mait Spritz. Unser dritter Cocktail des Tages ist der Bananentraum. Den bauen wir direkt mal in einem High-Bow-Glas auf. Dafür geben wir zunächst einmal 20 Milliliter eines weißen Rums mit ins Glas. Dann brauchen wir roundabout 80 bis 100 Milliliter des Maits. Je nachdem wie stark ihr den haben wollt, könnt ihr natürlich ein bisschen variieren. Dann kommt Eis hinzu und das ganze Glas wird jetzt mit Bananensaft bis oben hin aufgefüllt. An der Stelle würde ich mich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo dalässt. Das unterstützt uns wirklich jedes Mal aufs Neue. Und ihr könnt uns echt helfen, so größer zu werden. Jetzt wird das Ganze kurz umgerührt, dass sich die Zutaten schön miteinander verbinden. Und fertig ist der Bananentraum. Unser vierter und letzter Cocktail für heute ist ein bisschen komplizierter. Wir machen nämlich jetzt einen Papa Bär. Der wird im Martini-Glas gemacht. Das stellen wir wie üblich kalt und erstmal zur Seite. Dann brauchen wir einen Shaker. In den Shaker geben wir jetzt 45 Milliliter Mait bzw. Cognac hinzu. Dann brauchen wir 45 Milliliter des Maits. An der Stelle dann nochmal 20 Milliliter Zitronensaft. Und jetzt nochmal einen ordentlichen Spritzer Honig. Ich habe so roundabout 2, na 1 Esselv ungefähr benutzt. Jetzt alles schön miteinander im Shaker umrühren, dass sich der Honig schön mit den Zutaten verbindet. Denn wenn wir es nur shaken, wird der Honig sich nicht auflösen. Und ja, deswegen vorher schön umrühren. Jetzt alles ordentlich miteinander durchshaken, dass sich die Zutaten schön miteinander verbinden. Das Martini-Glas benötigen wir wieder. Das Eis habe ich entsorgt. Darin sahen wir jetzt den Papa Bär drin ab. Ich gänne das jetzt nochmal mit einer Orangenscheibe. Und fertig ist Cocktail Nummer 4. Freunde, ihr habt gesehen, für die drei Drinks müssen wir alles nur einfach im Glas aufbauen und kinderleicht gemacht. Nur für den einzigen hier vorne, das ist der bisschen kompliziertere Drink, brauchen wir einen Shaker. Ich würde einfach mal sagen, wir verkosten das alles zusammen. Starten tun wir mit dem hier vorne. Das ist der Papa Bär, der wird mit Whisky gemacht. Falls ihr keinen Whisky habt, könnt ihr auch gerne einen Cognac nehmen. Ich würde jetzt einfach sagen, wir probieren mal. Cheers. Der Drink ist schon sehr stark, da wir natürlich auch viel Whisky drin haben. Der Whisky ist auch im Vordergrund. Aber man hat dennoch diese schöne Honignote im Hintergrund. Gefällt mir grundsätzlich sehr gut. Ist ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr, sehr maskuliner Drink. Sehr holzig, sehr, sehr torfig. Aber an sich gefällt mir. Dann kommen wir zum nächsten, was ist der Bananentraum. Was ist da drin? Rum, Wikinger-Med und Bananensaft. Simpel, aber gut. Also ehrlich, er gefällt mir unglaublich gut. Banane, Honig, Rum. Cooles Ding, ist schnell gemacht. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Dann haben wir dann als nächstes den Made Sunrise. Nochmal. Ich persönlich schmecke jetzt den Made nicht so stark raus. Die Orange ist auf jeden Fall im Vordergrund. Wir haben dennoch eine schöne Säurenote. Ich rühre das Ganze nochmal um, damit wir die Grenadine nochmal drin haben. Dann ist es vielleicht geschmacklich ein bisschen anders. Ich habe das mal so gelassen, damit man so den schönen Sunrise-Effekt im Drink drin hat. Kurz umrühren. Vielleicht wird es jetzt noch ein bisschen anders schmecken. Jetzt haben wir die Süße mehr im Vordergrund. Die Grenadine. Den Honigwein schmeckt auch mehr hervor. Serviert ihn auf jeden Fall mit dem Sunrise-Effekt und rührt ihm nachhinein um. So hat euer Gast auf jeden Fall einen schöneren Drink im Auge. Und zum Trinken empfehle ich es euch umzurühren, da wir so die Süße im Vordergrund haben. Und zum Schluss haben wir nochmal hier vorne, dass der Meth spritzt mit Apfelsaft, Meth und Prosecco. Der Prosecco ist definitiv ein Vordergrund. Ist natürlich auch logisch, weil wir am meisten Prosecco heute hier drin haben. Aber an sich ein cooler Drink. Dieser Apfel mit dem Honig und Prosecco harmoniert schön zusammen, gefällt mir. Ist aber eher ein Drink für die Sommerzeit. Mein persönlicher Favorit sind auf jeden Fall die beiden heute. Und an sich schreibt doch mal gerne in den Kommentaren, wie trinkt ihr eure Mähten am liebsten. Welchen Cocktail habt ihr denn nachgemacht? Und welcher gefällt euch am besten? Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschau. 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 Tschau.